Allemannia Wald-Algesheim gegen Würges 3 zu 1. Betzdorf gegen Hauenstein 3 zu 0. Köllerbach gegen Rossbach 1 zu 1. Bad Breisig gegen Niederauerbach 2 zu 2. Pirmansens unterliegt zu Hause gegen Rot-Weiß-Hasborn 1 zu 2. Ein weiteres Erfolgserlebnis für Gerd Warken. Mettlach gegen Borussia Neunkirchen das Saar-Derby 1 zu 5. Homburg haben Sie gesehen, das 2 zu 1 gegen Idar-Oberstein. Mayen gegen Elversberg 2, 3 zu 0. Eine bittere Niederlage ohne Frage für Elversberg. Mächtersheim gegen Saarbrücken 2 zu 1. Kein Abschluss mit Erfolg für den FCS. Aber in der Tabelle hat das keine Rolle mehr gespielt. Der 1. FC Saarbrücken ist Meister. Unangefochten mit 81 Zählern vor dem FC Homburg mit 34 Punkten. Dritter der FK Pirmansens 57 Punkte. Borussia Neunkirchen schiebt sich vor auf Rang 4, 56 Zähler. Ein schöner Abschluss für Trainer Günther Erhardt und sein Team. Rot-Weiß Hasborn einstellig. 9. 46 Punkte. Und in der 2. Tabellenhälfte gerettet die Sportfreunde aus Köllerbach. 14. 38 Zähler. Elversberg 2. Da ist nicht rot unterlegt. Aber derzeit, weil Wormatia Worms in der Regionalliga auf einem Abstiegsplatz steht, eben abstiegsgefährdet. Absteiger Bad Breisig und der SV Mettlach. Barver. 4. 4.